Die erste Verleihung des Ballon d'OE der Zeitschrift Franz Football erfolgte 1956. Sieger und somit erster Fußballer des Jahres Europas wurde der englische Rechtsaußen Stanley Matifs. Jury und Abstimmungsverfahren. Die Idee zu diesem Wettbewerb hatte der Redaktionsdirektor von Franz Football, Jacques Fahen, der dann auch die Organisation übernahm. Er war davon überzeugt, dass nur regelmäßige Beobachter des europäischen Fußballs, was zudem durch die Einführung eines europäischen Meisterpokalwettbewerbs in der Saison 1955-56. erleichtert wurde, als Juroren geeignet seien, und stellte eine Jury von 16 Sportjournalisten aus ebenso vielen Ländern zusammen. Auch Österreich, die Schweiz und Deutschland waren darin vertreten. Ebenso drei Journalisten aus dem Ostblock. Für Frankreich stimmte Gabriel Hanot von L'Equipe ab. Jeder Juror vergab an fünf Spieler seiner Wahl. Eine Auswahlliste hatte Franz Football nicht vorgegeben. 5, 4, 3, 2 bzw. einen Punkt. Die Voten wurden per Brief oder telefonisch an die Redaktion in Paris übermittelt. Ergebnis In seiner Ausgabe vom 18. Dezember 1956 veröffentlichte Franz Football das Ergebnis. Stanley Matifs, Alfredo Di Stefano, Raymond Koper, Ferenj Puschkasch, Lev Yashin, Josef Boschik, Ernst Okwürk, Sandor Coxes, Ivan Kolev, Billy Wright und Tadezisowski. Juli Njo. Ebenfalls Berücksichtigung fanden Stefan Boschko, Duncan Edwards, Gerhard Tanapi, Robert Jonkett, Miguel Monturi, Pepillo, Juan Chiafino und Eduard Strelzo mit je zwei Punkten sowie mit jeweils einem Punkt. Kemp Annal, Bretislav Dolezzi, Roger Piantoni und Keith Rivers. Im Rückblick bewertet Jacques Veran die Auszeichnung von Matifs als eine, die weniger sein zurückliegendes Jahr als Spieler als vielmehr die Gesamtkarriere des inzwischen fast 4-2-Jährigen berücksichtige. Zur Übergabe der von einem Pariser Juwelier geschaffenen Trophäe reiste Gabriel Hanot mit einem Fotografen nach Blackpool, wo er sie dem Sieger in dessen Wohnung überreichte. Bereits diese erste Auszeichnung wurde auch medial vermarktet, allerdings derzeit entsprechend in vergleichsweise bescheidenem Umfang. So berichtete Franz Football in seiner Weihnachtsausgabe 1956 auf lediglich drei Seiten darüber, auf die auch nur ein kleiner Kasten auf der Titelseite hinwies. ETF zeigte vor Hanots Apreise den Pokal und kurze Wochenschau-Ausschnitte des ersten Fußballers des Jahres. Und auch die BBC Ludmatifs Anfang 1957 in ihr Studio nach Manchester ein. ... ... ...